ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von penumbra mit mir elia wald und den lorzi burzi spinnen leider ist etwas passiert ich habe nämlich eine folge davor aufgenommen schöne folge viele würmer viele spinnen viele hunde die mich zu tode gebissen haben aber diese folge ist leider kaputt du siehst mich nicht nein 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 böser hund böser hund böser hund muss ich den das ist alter mein gerd ich habe mich eingegackt aua aua hör auf nein nein ich bin hoppel häschen hoppel häschen hoppel hoppel du bist dumm 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 du bist du doch 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 gut 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 machen wir doch die türen auf ist bestimmt gut gut oh gott oh gott oh gott lauf 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 was ist hier ein wurm es ist ja ekelhaft ja genau stirb stirb ja 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 stirb Wir fangen jetzt einfach mal hier an. Ich bin jetzt noch tiefer in den Schacht und ich bin im Moment hier bei den Flüsterstimmen, die mich in den Wahnsinn treiben. So, das ist so die Ausgangslage und jetzt gehe ich in diesen Tunnel des Flickerns. Oh oh, ich werde verfolgt. Ratet mal von wem. Ich nehme an von Spinnen. Von dummen, dummen Spinnen. Geht weg. Gazi, hilf mir. Gazi. Gazi, fabrikant die Tür. Schau nach, ob es da sicher ist. Was bist du denn für einer? Korbi. Oh, oh. Upsala. Es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Oh. Nein. Geh weg. Fuck off. Nimm das. Aua. Aua. Nimm das. Stirb jetzt. Stirb jetzt. Stirb. Jetzt. Einen. Grauen. Vollen. Tod. Das ist für die letzte Folge, du Penner. Und für die vorletzte Folge auch, du P***er. Ich. Ja genau, jetzt löst du dich auf. Ich würde sagen, wir nehmen diese Palette dann mit. So, ich. Ich bewege einfach mal diesen Hebel. Das ist bestimmt eine gute Idee. Oh Gott, was passiert hier? Oh nein. Ah, da ist eine Spinne. Wieso ist da eine Spinne? Will sie irgendwas? Die chillt da drüben. Warum? Ich schlag sie mal mit dem Ding. Nimm das. Ich stampf dich. Ich stampf dich. Hm. Die Spinne will offenbar nichts. Darf ich sie? Kann ich sie streicheln? Ah! Ah! Ich kann sie nicht streicheln! Nein! Das war die dümmste Idee aller Zeiten. Ich renne schon. Ich renne schon. Ich renne schon. Ah! Dumme Spinnen überall. Ah! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah! Ah! Iiiiih! Hat das eine Tür? Nein, es hat keine Tür, die ich zusperren kann. Ah! Ah! Aber das ist bestimmt aufgegangen. Ernsthaft? Es... Aber... Was habe ich dann angemacht? Ich dachte, ich habe die Tür aufgemacht. Nein! Spinne, geh weg! Spinne, geh weg! Muss ich jetzt nochmal drücken? Ich war mir ziemlich sicher, dass damit... Ah! Nein! Noch mehr frigging Spinnen! Spider-Man! Muss ich schnell genug sein? Kann es sein? Okay. Okay, jetzt renne ich nochmal. Ich muss schneller sein. Ich muss schneller sein. Ich muss... Ah! Ich muss da sein, bevor das Piepen aufhört. Piep, piep, piep! Ich hab dich lieb! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Tatsächlich ist es bei der Tür. Leer! Ja! Jetzt zeige ich immer so Stinkefinger unter der Tür durch. Oh nein! Jetzt schon wieder so ein Minenschacht. Ich hasse Minen. Äh, ich höre Hunde! Ich höre meine... Was zur Hölle? Gazi! Oh oh! Gazi, hilf mir! Tschüss! 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 Ich bleib lieber hier. So, das Abenteuer ist vorbei. Das Let's Play ist beendet. Ich gehe nach Hause. Oh, okay. Ist der Hund weg? Ja. Okay. Okay, ich bin ganz leise und ganz vorsichtig. Dann gehe ich erstmal hier lang. Boah, da ist ein Kiebel. Ich möchte den Kiebel so sehr umlegen. Das ist bestimmt in einem der Käfige ein Hund. 100 Pro. Das ist ein Drecksspiel. Sektion C. Okay, dann gehen wir mal in Sektion C. Was ist da? Ich sehe nichts. Okay. Ist hier irgendwas? Kisti? Oh, Kisti ist voll schwer. Fette Sau. Was haben wir hier? Oh, ein Raum. Oh, ist denn da Painkillers? Der ist ein Dreck. Der ist da. Okay. Barbedryer. Oh, ein Schraubenzieher. Der ist immer gut. Aha! Aha! Bolt Cutter. Where is it? Auf der... Ich werde jetzt nicht dem Turkey und dem Bolt Cutter ver... Kann ich das durchschneiden? Hallo? Wieso nicht? Wieso nicht? Ich werde das durchschneiden und dann die Dosen ran. Frechheit. Naja, es wird mir schon noch irgendwie nützlich werden. Was zur Hölle ist das denn? Ist das ein Schrank oder was? So steht hier so ein fancy Schrank. Mitten in der Lagerhalle. Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Naja, immer noch alles besser als Amnesie. Was ist denn hier schon wieder? Dieses Spiel macht gar keinen Sinn. Okay, wie wäre es mit 1, 3, 3, 7. Okay. Ich habe keinen Code gekriegt. Dann gehe ich wieder hoch zu meinen Hundefreunden. Hundefreunde sind die besten Freunde. Ist dein Hund drin? Nein. Ich höre schon einen. Was ist das denn? Da ist er doch irgendwo. Da ist er. Dummer, dummer Hund. Du siehst mich niemals. Ich bin der Meister der Stealth-Kunst. Man nennt mich ja auch nicht umsonst den Ninja. Ninja. Ninja, Ninja. Gazi, komm mit. Gazi, Gazi. Geh voraus und lenk sie ab. Refinery. Ernsthaft? Seid überall. Da. Nimm Gazi, nicht mich. Er ist mein bester Freund. Friss ihn. Ah. Ah. Hilfe. Ah. Nein, nein, nein. Hacken schlagen. Wie ein Hase. Wie ein Hase. Wie ein Hase. Was? Nein. Es ist zu. Nein. Ha. Haken schlagen. Haken schlagen. Haken schlagen. Haken schlagen. Haken. 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 Na, 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 na. Wee. Wee. Ich bin ein Häschen. Ich bin ein Häschen. Tu mir nix. Tu mir nix. Nein, das ist auch zu. Puh. Ach, er ist nicht mehr da. Sehr gut. Haken schlagen. Haken haben sich bewährt. Was ist denn jetzt? Locked from the other side. Hm. Fassi. Du fette Sau. Komm mal mit. Und kundschaft dir mal die Gegend für mich aus. Fassi. Bam. In die Fresse, Hund. In die... Oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt ist er wütend. Oh, jetzt ist er wütend. Nein, das war... Sack. Oh, ich bin so dumm. Au. Au. Ah, voll in den Schniedel gebissen. Nein, 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 nein. Ah. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ah, ah. Iiii. Nein, nein. Au. Au, mein Arsch. Ah. Ah, ich sterbe gleich. Ah, ich sterbe gleich. Ich habe gleich einmal verbluten. Arsch, Arsch, Arsch. Arsch, Arsch. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Habra, habra. Hi. 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 Hui. Nein, nein. Nein, nein, nicht beißen. Au. Au. Ah, ah, ah. Nein, nein. Bin ich gestorben? Bin doch durchgegangen. Oh, nein, 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 nein. Lebe. Lebe. Oh, du musst leben. Ah, ich kann meine Arme und Beine nicht mehr spüren. Das passt schon. Das geht noch. Das schaut sehr gut aus. Da sollte ich auf jeden Fall draufsteigen. Erhole ich mich von selber? Ich brauche doch nur ein bisschen Schlaf. Dann geht das schon, glaube ich. Habe ich jetzt alle auf? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, und jetzt krieche ich runter. Das ist eine sehr gute Idee, unter diesen Stammwand durchzukriechen. Okay. Okay. Ich glaube eher nicht. Äh, Bombi. Bist du, bist du, bist du Bombi? Bombi? Bombi, was ist los? Bombi, wir gehen. Bombi, bist du made in China? Das sah nämlich so aus. Naja, ist egal. Bin jetzt, bin jetzt, nenn du doch rassistisch. Äh. Wow. Yay. Das war weit. Was muss ich denn machen? Jetzt habe ich schon wieder überhaupt nicht zugehört. Dass ich die Leiter nicht gesehen habe. Also, manchmal. 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 Hä? Ach, da kommen die ganzen Sachen raus. Gut zu wissen. Könntest du bitte aufhören? So, was passiert hier? Aha, aha, aha. Aua. So kann ich das jetzt durchschneiden? Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Flair rausgeholt. Oh, ich bin so dumm. Naja, Flair. Ich dachte, jetzt kann ich es durchschneiden. Egal. Motor. Bup. Du gehst auf Reisen. So, jetzt ist mir aber immer noch der. Das Ganze immer noch. Äh. Tja. Wie könnte ich es denn aufhalten? Ich halte meinen Schniedel rein oder so. Das würde es aufhalten. Könnte ich meinen. Besen. Mein Besen. Ja, genau. Stirb. Stirb. Äh. Ja, 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 ja. Stirb.